Aber warum so viele, Mann? Warum so viele? Weil hier trainierst. Ja, okay. Hey, hey. Das ist cool für YouTube. So was finden die Leute geil. Wir laufen in Laschungera. Habt ihr auch schon ein paar Mal von hinten drauf? Ja, ha, ha, ha. Das Abendlicht ist auch krass. Das ist schon wieder am Film, Mann. Ja, ja.